Was ist die Zukunft der Medien? Ich fange es damit an. Wir haben da in diesem Bad Blumau, in diesem Open Space eigentlich mal versucht, wirklich zu denken ohne Grenzen. Also das, was ich eigentlich im ganzen Heft auch versuche, wirklich den Deckel aufzumachen und einmal einfach als Experiment zu schauen, was kommt raus. Also wir hatten keine Vorgabe, dass da eine To-Do-Liste dann, was es abzuarbeiten gilt, am Schluss rauskommt, sondern es war wirklich ein Open Space mit einem Open Ergebnis und wir haben wirklich so tolle zwei Tage erlebt. Und ja, also es lohnt sich manchmal wirklich die tradierten Wege zu verlassen und es lohnt sich auch die normalen Räumlichkeiten, in denen man normalerweise denkt, zu verlassen. Es lohnt sich auch die normalen Kollegen einmal hinten anzulassen und sich mit neuen Menschen zusammenzutun. Es kommt wirklich Großartiges raus. Aber das werde ich heute nicht verraten, weil das ist die totale Zukunft. Ah, das klingt besser, wenn ich das da höre. Ja, also ich bin Chefredakteurin des Bestsellers. Der Bestseller, dazu muss ich ein bisschen was erzählen, ist ein Magazin, wie gesagt, gibt es seit 30 Jahren und es wurde damals gegründet als wirklich als Fachmagazin für Marketing, Werbung und Medien. Es ist ein richtiges Hardcore, Hard-Selling-Magazin, damals zu Zeiten, wo halt auch Marketing und Verkauf und Vertrieb noch Marketing-Wirtschafts-Booster waren. Zu Recht auch damals. Heute ist da durchaus ein bisschen Sand im Getriebe. Ja, wie gesagt, ich habe das dann vor einigen Jahren übernommen. Wir haben 2009 einen ersten Relaunch gemacht und jetzt dann heuer, im Jahreswechsel, haben wir dann was gemacht, was eigentlich sehr leise war, aber dann doch sehr nachhaltig, im Endeffekt nachhaltig gewirkt hat. Wir haben es nämlich umpositioniert in ein zeitgeistiges Lifestyle-Magazin für Wirtschaft und Kommunikation im dritten Jahrtausend. Wir positionieren uns damit oder wollen sein, werden gerne, versuchen es, eine Quelle der Inspiration zu sein, wir versuchen Mutmacher zu sein und wir versuchen vor allem Begleiter des Wandels zu sein. Und das ist auch meine Vision dieses Heftes aus diesem Fachmagazin, ein B2C-Magazin zu machen, ein Wirtschaftsmagazin für jedermann, der sich einfach mit dem gesellschaftlichen Wandel in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, auf der Welt beschäftigt. Ja, vielleicht möchte ich ganz kurz noch etwas Kleines dazu sagen, wie es nämlich einfach wirklich dazu kam, war nämlich, dass ich eines Abends einen Fernseherabend meiner Tochter hatte und wir haben uns Lorax angeschaut, vielleicht kennt das jemand, diesen US-Animationsfilm mit diesem orangen Fluffy-Männchen, der aufpasst auf einen Wald, auf einen Wald, der besteht aus lauter candyfarbenen Wattebauschbäumchen. Und langer Rede, kurzer Sinn, es geht also darum, dass durch Konsum wurde dieser wunderschöne Fluffy-Wald kaputt gemacht und war es dann am Schluss nichts mehr da. Ja, aber der Film geht trotzdem gut aus, es wurde letzte Samen gefunden und die Welt war wieder voller Fluffy-Bäumen, voller blühender Landschaften. Und ich habe mir gedacht, super, wir machen den Fernseher aus und wir haben das dann auch überstanden mit diesem Film. Und dabei sitzt meine Tochter neben mir heulend, also in Tränen überströmt und habe mir gedacht, auf, jetzt weg, da ist irgendwas schiefgegangen. Und sie sagt, ja, ich habe so furchtbare Angst, dass unsere Welt bald mal so aussieht. Und ich habe mir gedacht, uff, mit der Ansage habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Und dann sage ich, ja, aber unsere Welt ist doch schön, das ist doch jetzt irgendwie, das ist ja nur ein Film. Sagt sie, nein, nein, ich weiß ganz genau, dass wenn wir nichts tun, dann wird die bald so aussehen, Mama. Und dann dachte ich, okay, Märchenstunde ist jetzt offensichtlich nicht angesagt. Und ich sage, ja, okay, also, ja, es stimmt wahrscheinlich, wenn wir nichts tun, wird sie so aussehen. Aber ich kann dich beruhigen, es gibt eigentlich schon sehr viele Menschen, die anfangen, was zu verändern und was zu tun, damit das genau nicht eintritt. So, also sie war ein bisschen leicht erleichtert und es ging gut. Und dann fragt sie, ja, Mami, aber tust du denn auch schon was? Und das war natürlich eine sehr harte Frage, weil darüber zu reden und es zu wollen ist eine Sache und was zu tun ist was anderes. Aber mir war es lieber, sie hat mir die Frage jetzt gestellt, als wie, dass sie es mir irgendwann stellt. Und am Schluss heißt, du, Mami, Papi, ihr habt doch alle gewusst, dass es irgendwie so kommen wird. Warum habt ihr denn nichts dagegen getan? Und ich denke mir, das ist dann eine sehr bittere Frage. Und das war für mich also der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht mehr weiterschreiben, einfach, damit irgendwer Geld verdient, damit ich Geld verdiene und das war es. Und wenn es uns nicht geben wird, wäre es eigentlich auch wurscht. Sondern ich habe gesagt, ich möchte eigentlich, wenn, dann nur noch was schreiben, was die Welt braucht. Und wenn man sich einfach die Situation momentan global anschaut, Österreich ist eh noch glücklich, da könnte man schon noch glauben, es ist alles in Ordnung. Global wissen wir alle, dass es nicht so ist. Und ich denke mir, was diese Welt braucht, ist Innovation und es sind Lösungen. Keine nach 0815 Schema, sondern wir brauchen Lösungen, die andere Wege gehen, die neue Wege gehen, die neue Dinge versuchen, die einfach versuchen, die tradierten Pfade zu verlassen. Ja, diese neuen Dinge kann ich natürlich jetzt auch nicht aus dem Ärmel schütteln. So viele Ideen und so tolle Ideen habe ich dann auch nicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich was verändern möchte und wirklich was tun möchte, was vielleicht nachhaltig eine Bedeutung hat oder eine Wirkung hat, so muss ich sagen, dann versuche ich es einfach mal mit institutionellem Stretching. Das heißt, ich nehme das, was ich habe und versuche daraus was zu machen. Das war in meinem Fall das, was ich kann, mich schreiben und in dem Fall auch das Magazin, das mir anvertraut wurde, der Bestseller. Ich dachte, okay, ich mache mit diesen zwei Sachen und versuche jetzt hier wirklich einfach was Neues zu machen, was irgendwie einen positiven Impact hat. Nicht nur für den Verlag, nicht nur für unsere Mutter in Deutschland und nicht nur für meinen Gap-Buddle, sondern wirklich zum Wohle von mehreren, wenn nicht sogar von vielen oder allen. Ja, ich habe dann einfach mal angefangen und habe gesagt, gut, ich frage jetzt gar nicht lang, weil wer lang fragt, da wäre ich nicht mehr fertig. Ich habe einfach mal gemacht und habe angefangen. Der Bestseller hatte früher am Anfang, also lang am Anfang, wir sind jetzt am Anfang, in längstem Zeit seines Lebens da oben stehen Marketing, Werbung und Medien. Also ein sehr eindeutiges und sehr fachlich orientierter Dreiklang und ich habe den mal einfach geändert in Denken, Handeln, Träumen. Das ist einmal ein ganz anderes Magazin mit einer ganz anderen Richtung. Und ich habe dann auch den Inhalt ein bisschen sukzessive versucht zu verändern, immer ein Stückchen mehr und habe immer darauf gewartet zu schauen, was passiert. Irgendwann wird mal jemand Stopp schreien oder wird mich schimpfen oder wird sagen, sag mal, bist du wahnsinnig? Es kam aber nicht, keiner hat Stopp gesagt, dann ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich Rückenwind bekommen, dann habe ich halt immer weitergemacht. Und ich habe gedacht, okay, das geht offensichtlich, probieren wir es. Und ich habe dann auch die Inhalte langsam geändert, es gab dann keine Marketingfachartikel mehr, keine How to do your Business Geschichten mehr. Auch nicht mehr nach den tradierten Mustern, ich werbe, also werde ich auch redaktionell erwähnt, das gab es dann alles nicht mehr. Vor allem habe ich aber dann eigentlich nur noch Geschichten reingenommen oder großteils zumindest versucht. Geschichten von Ideen, von Menschen, von Projekten, die eben versuchen, die Dinge anders zu tun, die neue Wege gehen, die neue Denkansätze haben, die selber schon was ausprobiert haben. Vor allem Dinge, die nicht nur einer Person dienen, sondern immer diesem zum Wohle aller einfach auch im Auge haben. Das ist mir persönlich einfach sehr wichtig. Also praktisch lauter Geschichten, die positive Veränderungen im Sinn haben. Warum? Weil wir glauben, weil ich glaube, wir Frauen sind immer so blöd, ich glaube, dass wir damit einfach Zweifel liegen mit einer Klappe schlagen können. Und zwar, der Bestseller liegt mit 13.000 Stück auf den Tischen von Entscheidern in Österreichs Unternehmen. Entscheider, die jeden Tag darüber entscheiden, wie sie ihr Geld verteilen, ob sie es gut verteilen, ob sie es schlecht verteilen, personell, ökologisch, ökonomisch. Und mein Traum ist, dass sie eine Geschichte lesen, sie denken, ja ganz nett. Dass sie eine zweite Geschichte lesen, sie denken, ja irgendwie, vielleicht eine dritte, wo sie sagen, ja irgendwas ist da schon dran. Und er entscheidet immer noch, wie bisher. Und vielleicht bei der zwantigsten Geschichte sagt er sich, hey, ich glaube, jetzt probiere ich es auch einmal so ein bisschen, so ganz klein, nur für mich so, wo es keiner sieht, wo ich jetzt nicht was falsch machen kann. Aber vielleicht fühlt es sich ja ganz gut an. Und vielleicht fühlt es sich gut für ihn an und er denkt sich, hey, wow, da mache ich weiter. Das heißt, mein Traum wäre, dass man einfach in den Entscheider-Riegen so viel Quelle der Inspiration sein kann, dass sie selbst ihren eigenen Transformationsprozess anfangen und starten und lostreten. Und das vielleicht dann wie viele kleine Schneebälle weitergeht. Die zweite Klappe, die wir damit schlagen würden, aber eigentlich nicht schlagen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, ist nämlich, dass wir den Menschen, vor allem jungen Menschen meistens, die im System noch nicht besonders verhaftet sind, die eben diese neuen Wege gehen, dass wir denen eine mediale Heimat geben. Das heißt, dass sie sich bei uns im Heft wiederfinden, dass wir ihnen auch eine Wertigkeit geben. Es ist nach wie vor so. Ich meine, es wird viel im Netz geshared und du kriegst Likes und alles, aber in einem Magazin zu stehen, in einem Printmagazin, wurscht, ob es totgeredet wird oder nicht, hat einfach eine Wertigkeit. Und wir finden einfach, dass diese Ideen, die es da auf dieser Welt draußen gibt, dass es die auch wert sind, und dass man sie einer breiteren Öffentlichkeit zuträglich macht. Wir sagen immer, dass wir sie ans Licht bringen. Auch, dass sie sich untereinander sehen können. Weil ich denke, gerade Leute, die gegen den Strom versuchen, Dinge zu machen, haben oft das Gefühl, dass sie Geisterfahrer sind. Und umso mehr sie sehen, dass es andere auch machen, umso mehr macht es ihnen wieder Mut. Ja, das sind einmal die zwei Grundpfeiler, wo ich mir denke, wo es vielleicht funktionieren könnte, dass man wirklich positiven Impact schaffen kann. Jetzt kann es natürlich dann vor allem tradierte PR-Menschen geben, die sagen, ja, aber hallo, das ist ja alles viel zu positiv, das hört sich ja an wie manipulative PR, das ist ja sicher alles bezahlt. Klar, weil wir bisher gewohnt haben, dass wenn irgendwas super geschrieben worden ist, dann ist da sicher viel Geld vorher geflossen, weil sonst hätten wir es vielleicht gar nicht so loben können oder wollen. Ich muss aber sagen, dass bei uns sicher kein Geld fließt und dass wir nur Dinge bringen, wo wir auch der Meinung sind, dass sie wirklich wert sind, dass man sie ans Licht bringt. Das heißt, egal wie viel Geld gezahlt werden würde, es würde keinen Unterschied machen. Und es gibt bei uns auch keine Probleme, es gibt kein Jammern, es gibt keine Hysterie, es gibt keine Apokalypsen. Das heißt, wir tun nicht uns einklinken in dieses Schlechtreden, in dieses schwarze, düstere Bild des Untergangs, es wird alles schlimm, brinnt, wird sterben oder so weiter. Das wird bei uns nirgends verstehen. Und wir versuchen eigentlich eher ein Wohlfühlklima dem Leser zu geben, dass er wieder das Gefühl hat, es gibt Wege, es gibt Wege in die Zukunft, es ist nicht nur alles immer schlimm und tot und aussichtslos. So ein bisschen ein Feelgood-Magazin. Ja, und zum Wohle aller, noch einmal, was ich am Anfang gesagt habe, hat sich zu einem sehr hilfreichen Vehikel dann auch entwickelt in weiterer Folge, nämlich, dass man mit diesem Ansatz, dass man was möchte, was für alle gut ist, wahnsinnig schön Kooperationspartner gewinnen kann. Also alle Menschen und alle Institutionen und alle, die mit Projekten was erreichen wollen, nämlich das, dass sich etwas positiv ändert, kann man wunderbar sich umschließen, sich in die Arme nehmen und versuchen, die Kräfte zu bündeln und zu schauen, dass man gemeinsam einfach was macht. Das war früher vielleicht nicht so der Fall, weil jeder in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat und geschaut hat, dass er den Mitbewerb vielleicht eher rausbeißt. Wenn man das Ganze unter eine größere Flagge, unter eine gemeinsame Flagge stellt, die ein positives Vorzeichen hat, dann spielt plötzlich Konkurrenz eigentlich oft gar nicht mehr so die Rolle, weil man ja gemeinsam für etwas Größeres arbeitet. Und ja, wir werden uns das dann schon irgendwie ausmachen mit dem Markt. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir, also mit dem Cashflow, das ist ein Magazin vom Ferienz Papp, das eigentlich inhaltlich dieselbe Ausrichtung hat wie der Bestseller, ein bisschen anders, aber auch die Themen mit der positiven Wirkung für diese Welt publiziert, dass wir mit dem zum Beispiel planen, gemeinsam Redaktionssitzungen zu machen. Das ist der knallharte Mitbewerb, würde man aber alles nie was machen. Und wir sagen, ja, aber es ist uns wichtig, dass diese Themen rauskommen, dass diese Themen in die Wirtschaft kommen, also versuchen wir doch wirklich, wir zwei kleine Zwerge uns zusammen zu tun und wechseln uns vielleicht ab und versuchen, dass wir die Themen sauber uns gegenseitig zuspielen, so dass sie breitflächig rauskommen in den Markt. Oder auch ein Visionärmagazin in Kärnten, der eigentlich auch genau dasselbe verfolgt, der Walter Grobert. Ja, dann haben wir eine Geschichte über ihn drin, weil wir es wichtig finden, dass es noch einen gibt wie wir und er hat eine Geschichte über uns drin, weil er es auch wichtig findet. Und zum Thema Co-Creation habe ich dann auch angefangen, praktisch die Gestaltung des Heftes aufzumachen, eine gewisse Demokratisierung zu beginnen, zu starten, nämlich Angel Meetings, sowas wie Business Angels, indem ich einfach Leute aus dem Netzwerk, aus dem Bekanntenkreis, Freunde und so weiter, Leser gefragt habe, wollt ihr nicht einfach an der Gestaltung der nächsten Ausgabe mitmachen? Wir treffen uns zusammen, es sind 10, 15 Leute und jeder hat ein Netzwerk, jeder kennt jemanden, vielleicht sogar selber, jeder weiß Projekte, die passen würden. Und es wird ein Magazin, das eigentlich allen gehört. Ich habe nicht mehr die Hoheit und sage, ich bin dir aus dem Elfenbandturm, ich gebe euch, ich sage, ich sitze auf allem, sondern ich mache auf und sage, hey, das ist euer aller Magazin, alle, die eigentlich wollen, dass irgendwas sich verändert, ihr könnt mitmachen, also ich gebe es euch, ich mache auf, meine Redaktionsräume. Und genauso versuchen wir auch Co-Creation-Partys zu machen, wo wir eigentlich nach jeder Ausgabe alle Leute, die für eine Ausgabe mitgewirkt haben, also sowohl Interviewte, Befragte, Autoren, Fotografen, Illustratoren, alles was in dem Heft drinnen war, dass sie zusammenkommen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht auch diesen Spirit eigentlich mitnehmen und gemeinsam versuchen, was Neues zu schaffen, eben zu Co-Kreieren. Ob das jetzt alles so aufgeht oder ob das furchtbar naiv ist, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, ich glaube, es weiß keiner. Es ist ein Experiment, das ich, welch Glück, auch tun darf. Die Leserreaktionen zeigen eindeutig auf grün. Also ich glaube, wir haben 30 Jahre lang bei Weitem nicht so viel positive Resonanz oder überhaupt Resonanz bekommen wie jetzt. Journalist schreibt in der Regel eigentlich immer ins schwarze Loch rein. Und seit Jahreswechsel, seit wir wirklich diese Neupositionierung haben, diese absolut sichtbare, kriegen wir so, so viele Rückmeldungen und zwar wirklich herzliche Rückmeldungen, dass Leute sagen, Wahnsinn, es trifft mich einfach mitten im Herz, es berührt mich, es geht mich was an. Und auch die Werbekunden, die am Anfang etwas verschreckt waren, weil sie sagten, was wird das denn jetzt? Selbst die sind mitleidend und sagen, wir lieben dieses Heft. Und zwar, wir lesen es vor allem auch und nicht mehr, weil wir drin kommen, weil wir drin vorkommen, weil wir dafür bezahlt werden, sondern weil wir wirklich diese Geschichten, weil ich sie brauche, weil ich sie liebe, weil ich sie haben will, weil sie mir ein gutes Gefühl geben, weil sie mir einen Weg zeigen. Und ich glaube, für einen Journalisten gibt es eigentlich fast nichts Schöneres in Zeiten wie diesen, wo es immer heißt, es wird nicht mehr gelesen, wo es immer heißt, brinnt es tot. Also im Bestseller kann ich das Wechtglück nicht sagen. Dankeschön.